Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Angies Top 10 Ich bin euer Gastgeber Jan und das heutige Thema lautet Angies Top 10 Reittiere Platz 10 Maximale Pferdestärken Auf Platz 10 haben wir dieses heiße Gefährt Bestehend aus einem Stock und einem ausgestopften Pferdekopf Natürlich aus Stoff Ähm, in diesem Video wurden keine Pferde verletzt Da freut sich unsere Greta Platz 9 Das coolste Reittier Du willst cool sein? Mit diesem Reittier bist du so richtig cool Eisblockgliding ist der neue Trendsport 2020 Platz 8 Die Geburtstagsbalance Lass mich nur eins hier zu sagen Du fliegst auch Du fliegst auch Du fliegst auch Du fliegst auch Nein, keine Angst Hier springt nicht gleich der böse Klamm mit den scharfen Schneiderzähnen hervor Das sind ganz normale, bunte Luftballons Die dich in die Höhe steigen lassen Platz 7 Der Schlunder Jeder kennt sie, jeder liebt sie Die grünen schreckartigen Figuren, die dich einmal entführen Und für immer zwischen ihren Achselhöhlen behalten Und sie lassen dich nie wieder los Ähm, holt bitte jemand die Polizei? Platz 6 Der Schlendrian Nein, nicht Slenderman Schlendrian Ein Spooooooooooos Das Führer langsame Kämue Diese braunen Faultiere sind einfach nur mega langsam Oh man, ich schlaf gleich ein Machen wir schnell weiter Platz 5 Die Gruselklaunkarre Dieses kleine Auto hat vier Sitze für vier Personen Warte Echt jetzt? In dieses kleine Auto passen vier Personen rein? Okay Das ist aber ganz schön eng da drinnen Ansonsten ist es ziemlich stylisch Platz 4 Das Quietscheentchen Alle meine Entchen schwimmen auf dem See Schwimmen auf dem See Köpfchen in das Wasser Oh, tut mir leid Ich hab ganz vergessen, dass wir hier noch ein Video aufnehmen Kommen wir einfach gleich zum drittplatzierten Platz 3 Das Tux Ein Eselreittier? Was soll da schon besonnen? Warte Reitet der Esel etwa auf dir? Was zum... Ähm... Okay... Weiter zum nächsten Und lasst uns das einfach mal schnell vergessen Platz 2 Eisenkette mit Kugel Okay, das wird jetzt eigenartig Wer trägt denn eine Eisenkette mit einer schweren Kugel mit sich rum? Und das auch noch freiwillig? Sind wir hier etwa bei Fifty Shades of... Aua! Ja, Inji! Dieses Video muss kinderfreundlich bleiben Verstanden! Aber das kennst doch schon fast an Massohiss... Aua! Das melde ich da auf, dass ich mir hört... Aua! Platz 1 Edles Ross Das edle Ross ist... Ein... Äh... Kokosnuss? Wieso heißt dieses Reittier edles Ross? Oh man, was läuft nur schief mit diesem Spiel? Das waren sie! Injis Top 10 der besten Reittiere! Bis zum nächsten Mal! Euer Jan! Jetzt gibt's erstmal nen Döner! Inji, hast du nicht vorhin gesagt, du zahlst? Aua! Aua! BOSPEN? BOSPEN? Oh Er 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 Er